Timo, was die letzte Konsequenz vor dem Tor angeht, kann man ja auf Durlachau heute neidisch sein von eurer Seite. Was meinst du? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Irgendwie wollte es heute nicht klappen, dass wir das Tor machen. Wir hatten die Möglichkeiten, ich hatte einen Lattenschuss. Wir waren einfach zu blöd heute auf gut Deutsch. Durlachau hat es uns vorgemacht, wie man es macht vor der Hütte und deswegen gehen sie heute auch als verdienter Sieger vom Platz. Ganz einfach. Verdient. Ich meine, manche würden vielleicht meinen, sie waren ein paar Mal vor dem Tor und haben dann in diesen Momenten das Tor gemacht. Ja, das ist dann die Qualität, dass das Spiel entscheidet. Also letztendlich geht es um Tore schießen. Wir haben es nicht gemacht, beziehungsweise eins. Es war dann, zu spät, zu wenig und das müssen wir uns ankreiden lassen und wenn sie die Tore machen, ist dann auch letztendlich verdient. Und abgesehen von den Toren, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie habe ich es gesehen? Es war, glaube ich, kein berauschendes Spiel. Wir wollten unbedingt eigentlich das Spiel gewinnen, weil für uns geht es eigentlich um alles. Wir wollen nicht in die Relegation kommen. Wir waren die erste Viertelstunde, 20 Minuten, sind wir eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, hätten da das 1-0 eigentlich machen können, beziehungsweise müssen. Dann geht vielleicht das Spiel hier ganz anders aus. Aber dann läuft es halt anders und so ist halt Fußball und letztendlich verlieren wir das Spiel. Das ist sehr, sehr bitter für uns. Jetzt heißt es aufrabbeln, am Mittwoch gegen Lauter gewinnen und gucken, dass wir irgendwie das heute begleichen. Wollt ihr irgendwas Bestimmtes ändern? Müsst ihr was Bestimmtes ändern? Wir müssen gewinnen. Letztendlich müssen wir die Punkte holen. Wie ist eigentlich egal, aber letztendlich zählt zum Abstiegskampf nur die Punkte. Und wie du es dann machst, klar, wir gehen im Training auf genügend Sachen ein und nehmen uns genügend vor. Das will ich jetzt nicht verraten. Aber ja, letztendlich kommt es darauf an, das Spiel zu gewinnen. Nichts anderes. Es ist am Freitag bekannt geworden, dass du nach Friedrichsthal gehst. Kannst du ein bisschen mehr zu diesem Wechsel sagen, was die Gründe dafür waren? Ja, Gründe. Ich war jetzt drei Jahre in Reichenbach. Zuerst will ich sagen, dass Reichenbach mir im Futsal auch einiges ermöglicht hat. Da geht auch ein Danke an den ganzen Verein. Speziell an Günter Vogel. Ich gehe mit gutem Herzen von Reichenbach, nicht im Streit oder sonst was. Das hat andere Gründe. Wenn ich jetzt hier aufführen würde, das würde den Rahmen sprengen. Der Trainer in Friedrichsthal, Andreas Augenstein, mit dem habe ich ein gutes Verhältnis auf gut Deutsch. Und er hat sich lange um mich bemüht. Und letztendlich habe ich mich dann für den Wechsel entschieden. Hat aber nichts zu heißen, dass ich aus dem Streit aus Reichenbach rausgehe. Ganz im Gegenteil. Und ich will natürlich nicht mit dem Abstieg hier weggehen. Das ist das Letzte, was ich will. Ich will nächstes Jahr in der Verbandsliga gegen Reichenbach spielen. Wie wurde jetzt die Botschaft oder die Nachricht aufgefasst, dass du gehst? Ja, ich habe das am Donnerstag vor versammelter Mannschaft gesagt. Letztendlich bin ich ja auch Co-Trainer in Reichenbach. Ich wollte es bewusst vorher der Mannschaft sagen, bevor es in der Presse steht. Am Freitag stand es dann in der Zeitung drin. Ich habe meine Beweggründe gesagt, offen und ehrlich. Und habe dann auch meiner Mannschaftskameraden gesagt, wer genauer wissen will, warum ich den Verein wechsel kann, kann auf mich zukommen. Und dem werde ich das dann auch persönlich erläutern. Und was meinst du, wirkt sich das jetzt irgendwie auf die Stimmung aus oder auf die Spielweise? Ich hoffe es mal nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, ich will die letzten sechs Spiele für Reichenbach, ich hoffe mal die letzten sechs Spiele, vielleicht werden es noch zwei Relegationsspiele, mir den Arsch aufreißen. Ich weiß, wie es ist abzusteigen. Ich bin mal mit Spielberg abgestiegen. Das ist das Dümmste, was es gibt. Und ich will sicherlich nicht mit dem Abstieg hier weggehen. Und dann versuche ich noch alles in die Waagschale zu werfen. Heute hat es leider nicht geklappt, aber Mittwoch gilt es wieder. Zwei Tage Pause und dann müssen wir lauter gucken, zu gewinnen. Und ich versuche alles, um Reichenbach in der Verbandsliga zu halten. Mit der Mannschaft natürlich zusammen. Ein anderes Thema, Futsal. Da hat sich ja bei dir so einiges bewegt in letzter Zeit. Du bist vor kurzem im inneren 16er Kader angekommen, in der Nationalmannschaft. Ja, kannst du sagen, was da alles passiert und was da auch in Deutschland in Sachen Futsal passiert? Ja, auf mich persönlich bezogen passiert ja ziemlich viel. Ja, ich habe jetzt ein bisschen öffentliches Interesse an meiner Person. Ich habe es jetzt in den 16er Kader geschafft, in der Nationalmannschaft. War dann auch im zweiten Spiel in Georgien bei dem Lehrgang. Vor zwei Wochen auch Kapitän. Klar, das erfüllt mich mit Stolz. Das ist so mein zweites Standbein, was ich da aufgebaut habe neben dem Fußball. Und da gibt es dann am 30. Oktober auch das erste offizielle Länderspiel, Deutschland gegen England. Der Austragungsort wird noch bekannt gegeben, kommt auch live auf Sport 1. Und ich hoffe, dass durch dieses mediale Interesse, dass der Futsal da vorangetrieben wird und da noch ein bisschen mehr geht, beziehungsweise auch in einigen Jahren da die Bundesliga gegründet wird. Wie wirkt sich das jetzt bei dir im Sport aus? Wie wirkt sich Futsal auf deine Fußballertätigkeit aus und umgekehrt? Positiv. Also im Futsal muss man technisch versiert sein. Man muss immer voll da sein. Und jeder, der Futsal spielt, ist draußen technisch versierter. Letztendlich spiele ich dann Futsal auch über die Winterpause. Man kann sagen, das ist zu viel in einer Hinsicht, dass ich keine Pause habe. Aber in einer anderen Hinsicht bin ich dann auch fit. Ich habe meine Einheiten. Klar, ich bin jetzt 27, auch nicht mehr der Allerjüngste. Irgendwann merkt man es doch in den Knochen. Aber bisher geht es noch so weit. Timo, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg. Danke schön. Danke schön.